Yo Leute, was geht? Ja, das ist mein Name am Start und heute mal wieder mit dem Unboxing von The Betrayed und zwar mit dem Jan A.K.A. Johnny's No99 hier und dann packen wir es auch schon, ja, aus. So, ja, Note noch. So, ja, das war's mit dem Unboxing, also ich schicke, also er hat mir sein Elias Asmodeck geschickt, ich schicke ihm dafür diese Sneaky Rail und muss mal gucken, was ich noch so ein Extra Star habe und die werde ich dir natürlich auch schicken. Ja, und widmen wir uns dem genaueren, ja, betrachten wir das genauer aus. So, erst mal eine Note. Hi Arthur, bitte, ich werde auch noch H geschrieben, aber das ist eigentlich total scheißegal. Ich hoffe, dir gefällt das Deck und die Sticker, ich freue mich schon auf dein Päckchen, kannst du auf jeden Fall. Sag mir einfach Bescheid, wenn es, wenn deins angekommen ist. Viel Spaß mit dem Burnwood-Gruß, Jan-Johnny-Snow-99. Dankeschön dafür. Dann widmen wir uns mal den Sticker. Ein Blackover, ähm, wie ist das? Shin, glaube ich, ja. Shin-Sticker. Danke, dafür. Ein Burnwood-Sticker, ein Blackover-Pirate-Sticker, Ein Wink-Level-Sticker, ein Blackover-Truck-Sticker und ein Blackover-Sticker. Und, ja, jetzt kommen wir zum Deck. Ist ja sorgfältig verpackt. Oh, das Sticker ist auch noch in einem relativ guten Zustand, das ist cool. Eine Lage ist Slim & Catchy Tape. Ja, glaube ich. Ja, ist eigentlich egal, ich habe hier genug Tape. Und, ja, das Deck an sich ist relativ cool. So, ja, hier seht ihr die Plyes. Oh, das ist praktisch. Ja, also drei Lagen Naturholz. Ähm, mitten, das ist praktisch wie so eine goldene Plye. Also, ist richtig geil. Also, das ist halt ein 3-Ply-Deck. Soweit ich weiß, glaube ich. Ist auch egal. Auf jeden Fall, das Deck ist sehr gut erhalten eigentlich. So für die Zeit. Also, hier sieht man noch gleich das EDS Asmuth und das Bellmuth-Logo. Also, ich brauche das eh nur zum Fahren. Ja, und sonst, danke dafür. Ich werde die Rail so schnell wie möglich los schicken. Entweder gleich, also, dass ich gleich nochmal loslaufe. Oder morgen, äh, gleich nach der Schule. Also, kannst du dich schon mal drauf freuen. Entweder kommt diese oder nächste Woche an. Ja, weil es halt ein bisschen schwerer ist. Und dann packe ich dir noch ein paar, ja, Sachen dazu. Ein paar Extras. Und, ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, mit dir zu traden. Danke, und wenn euch das Video gefallen hat, Leute, ähm, oder ihr halt, ähm, noch auf weitere Videos von mir gespannt seid, auf Trick-Videos, wie ich bin gerade, ja, oder ich mach morgen eins, mal gucken, ein paar Marsche, ein paar Lines und schneide es dann zusammen. Jo, ich muss mir dann noch was ausdenken. Ähm, ja. Jo, wie auch immer, danke fürs Zuschauen. Wenn euch das, wenn euch das, halt, das Ganze interessiert, könnt ihr mich auch gerne abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Jo, dann, danke fürs Zuschauen. Haut rein.